Uhu, hier ist Voodoo. Koni, ihr könnt ihn noch diesmal hören. Koni, sag mal hallo. Hallo. Sehr schön. Also vielleicht eins zuerst. Ihr seht jetzt hier gerade, ich visiere den Chrysler-Car an. Und der Indikator ist orange. Wenn ich ihn jetzt hier vorne anvisiere, wenn ich jetzt ein bisschen weiter hinter gehe, seht ihr, ab hier wird er dann gelb. Allerdings ist es so, dass das nicht den Durchschlag betrifft. Sondern es betrifft die Panzerung. Und ehrlich gesagt ist es eigentlich auch ein bisschen buggy. Weil, ich kriege jetzt hier orange angezeigt. Und, also wir sind jetzt bestimmt zwei Stunden am testen. Und eigentlich müsste es rot sein. Weil normalerweise, ihr seht, ich habe noch keinen Schuss gemacht. Normalerweise müsste ich jetzt jeden Schuss penetrieren. Aufgrund der Daten, die die Seitenpanzerung in Verbindung zu meinem Durchschlag hergibt. Normalerweise müsste das rot sein. Ich bin gespannt, was passiert. Ähm, Kony, hast du noch irgendeine Info, bevor ich jetzt hier anfange zu ballern? Oder eine Ergänzung? Ähm, na zuallererst werden wir jetzt hier bloß die beiden Munitionsarten AP und APCR durchgehen, die der S-Conker hat. Und dann mit den Autobounce-Winkeln, das können wir hier ganz gut zeigen. Weil der Rest gibt dieser Durchschlagsindikator halt nicht her. Ja, wie er halt schon gesagt hat, dieses Orangene, was man da sieht, müsste halt eigentlich rot sein. Aber dieser Indikator geht anscheinend nur auf die Panzerung so wirklich und nicht auf die Winkelung. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Okay, Feuer frei. Halt dich fest. Gleich knallt's. Der ging durch. Also, ihr habt's gesehen. Äh, Indikator ist orange. Aber um uns sicherzugeben, wie viele Schüsse soll ich machen? Fünf? Sechs? Also, ich hab zwei. Nervt. Fünf? Bei mir vorne kannst du nicht so viele machen, weil sonst sterbe ich. Kannst du erstmal nach hinten hinschießen, da wo es gelb ist. Ja, vielleicht nur noch mal zum Dingsen halt. Ich hab jetzt hier mein Zielkreis nicht verändert. Den zweiten geb ich dir nochmal. Ja, okay. Also, ihr seht, relativ zuverlässig komm ich durch. Und jetzt seht ihr, jetzt wird er schon gelb. Also, hier ab der Mitte. Ich baller jetzt aber trotzdem mal hinten drauf. Jetzt dürfte ich eigentlich auf gar keinen Fall durchkommen. Ich hoffe, es ist auch so. Die Spannung steigt. Achtung. Okay, das war ein Abpraller, richtig? Genau, das kann man, zum einen hört man das. Das ist halt ein anderer Sound, als wenn man die Panzerung nicht durchschlägt, weil sie so dick ist. Und man sieht halt auch, wie das Geschoss wegfliegt, wenn man ganz genau drauf achtet. Wenn man genau hinhört. Zum einen hört man es und wenn man halt drauf achtet, dann sieht man es. Okay, ich baller jetzt trotzdem nochmal stumpf hinten drauf. Genau. Also, da passiert nichts. Und warum er da hinten jetzt abprallt, ist halt, dass es für AP und APCR so einen Autobauungswinkel gibt. Und der liegt bei 70 Grad. Das heißt, wenn die Panzerung 70 Grad oder mehr beträgt, dann kann man nicht durchkommen, egal wie viel Durchschlag man hat. Selbst wenn man 5000 Durchschlag haben würde, man könnte nicht durchkommen. Das ist halt so dieses System, was es hier gibt. Okay. Eigentlich würde ich sagen, dürfte es das schon gewesen sein zum Thema AP, CR und AP. Oder fällt dir noch was ein? Naja, es gibt noch diese Normalisation. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Die beträgt bei AP sind das 5 Grad, bei AP, CR sind das 2 Grad. Das heißt, die AP-Munition verbessert den Winkel um 5 Grad ab 69 Grad, also ab 70 Grad der E-Autobauungs. Das heißt, wenn man jetzt die Panzerung, wenn die 69 Grad angewinkelt ist und man schießt mit AP drauf, dann sind das nur noch 64 Grad. Und bei AP, CR wären das dann nur noch 67 Grad. Wie genau das dann die Panzerung noch verändert, das ist noch so ein anderes Ding. Das lässt sich auch sehr schwierig ausrechnen, da man halt nur diese normale Panzerung nimmt mit den effektiven Winkeln und das lässt sich halt fast gar nicht ausrechnen. Ja, wir wollen es ja auch gar nicht zu kompliziert machen. Also ich denke, was für euch wichtig ist, wenn ihr es hinbekommt, dass euer Winkel, also wenn ihr Sidescrapt, dass ihr bei 70 Grad oder auch mehr seid, also 72, 75 Grad, dann kann euch keiner penetrieren. Kurze Frage, Coni, was ist, wenn der mit Heat, kommt der auch nicht durch, aber mit HE an der Seite kommt der natürlich durch. Bei Heat ist dieser Autobauungswinkel bei 85 Grad. Oh, okay, wichtiger Hinweis. Okay, also das schon mal gleich vorab. Also bei Heat sind es dann 85 Grad, mit HE ist es egal, da kommt man ja, kommt man auch bei, egal welchem Winkel, ihr macht immer Schaden, ihr müsst ihn nur irgendwo treffen, richtig? Genau, HE hat das halt gar nicht, genau. Genau, okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das hier schon mal beendet. Wir gehen jetzt nochmal auf den nächsten Munitionstyp und dann bis gleich. Jo, und weiter geht's. Jetzt sind wir beim Munitionstyp HE, High Explosive. Ich übergebe das Wort mal an den Coni und erkläre euch jetzt, wie das mit der HE-Munition so funktioniert. Gut, dann schieße ich mal drauf an die Stelle, wo wir eben schon getestet haben, bei dir oben am Turm. Ich bin jetzt auf meine Standard HE und gebe meinen Schuss ab. Und ihr seht, ich mache keinen Schaden. Warum mache ich keinen Schaden? Weil die Explosiv-Munition findet da oben nichts, wo es auf Deutsch gesagt durchkommt und irgendwie Schaden machen kann. Ich gehe jetzt mal weiter runter. Ihr seht, ich habe jetzt hier unten anvisiert und dann ist ja ein kleiner Spalt zwischen Turm, weil ich kann den Turm ja drehen, und Oberwanne. Und da kreucht und fleucht dann im Prinzip die Explosion durch und verursacht ein klein wenig Schaden, wie ihr gleich sehen werdet. Achtung. Seht ihr? 115 Schaden gemacht. Coni, gibt es da noch was zu ergänzen? Man kann halt noch so sagen, dieser Explosionsradius, den die HE hat, die sucht sich halt in dem Radius, wo die Granate dann hintrifft, die Panzerung, die am geringsten ist. Deswegen hat er am Turm oben keinen Schaden gemacht, weil zum einen der Weg zum Turm-Dach ist halt dann noch sehr weit. Und die Turm-Dach-Panzerung ist halt höher als die auf meiner Oberwanne, wo sich die HE dann, die unten gelandet ist, unten am Turm gelandet ist, dann den Schaden gemacht hat. Okay, ich würde sagen, das war's zum Thema HE. Bei Hash, genau, bei Hash ist es übrigens genau das Gleiche, nur dass ihr halt einfach mehr Durchschlag habt. Okay, und jetzt geht's weiter, und jetzt gibt's ein paar Infos zum Thema Overmatch. Overmatch bedeutet, wenn euer Kaliber das Dreifache von der Panzerung hat. In dem Fall bin ich im E4 unterwegs, ich hab ein Kaliber von 155 Millimeter, und die Panzerung seitlich vom Leo sind 35, 36 Millimeter, Coni, wie viel war das genau? 35. 35, okay. Und das bedeutet, dass ich hier nach Adam Ries und Eva Zwerg jetzt auf jeden Fall penetrieren müsste. Wir probieren's aus. Bam. Klappt sogar, ey, es hat ja mal gestimmt, was wir hier erzählen. Okay, also, ähm, im Prinzip nochmal kurz zusammengefasst. Euer Kaliber, wenn das das Dreifache ist von der Panzerung, kommt ihr immer durch. Soviel zum Thema Overmatch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Take. Mein Häuptling hat mich gerade eben nochmal drauf hingewiesen, aus dem Grund ist er ja der Häuptling, dass ich ein wichtiges Detail noch vergessen habe, und zwar, Overmatching funktioniert bei egal welchem Winkel. Und, ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. Also, da hat's dann nix mehr mit Autobounce-Winkeln und so weiter zu tun, sondern wenn dieser Fall eintritt, könnt ihr von jedem Winkel den Panzer penetrieren und durchkommen. Das war doch mal eine wichtige Randnotiz. Also, dann bis gleich im nächsten Take. Jo, eine Besonderheit, die's natürlich bei den Munitionsarten noch gibt, ist, was ist, wenn ein Gegner hinter einer Mauer steht? Und wir probieren das jetzt mal direkt aus mit HE. Schieße ich jetzt auf den Leo, der steht hinter dieser Betonmauer. Und jetzt sind wir mal gespannt, was da passiert. Achtung! 225 Schaden. Sollte da nicht eigentlich gar kein Schaden passieren, oder wenig? Nein, das ist genau das, was bei HE passiert. Okay. Okay, weil, ähm, gut, dann fahre ich mal ein Stück hinter die restliche Mauer. Jetzt bin ich mal gespannt, bleib mal, dass du komplett hinter der Mauer verdeckt bist. So, jetzt bist du komplett. Jetzt seh ich dich gar nicht. Na gut, ich muss mehr denken. Ich schieße jetzt nochmal, jetzt ist ja mehr Mauer dazwischen. Ah, okay, also auch wieder. Also, Schlussfolgerung daraus ist, ähm, mit HE bleibt zwar ein wenig an der Mauer hängen, aber es explodiert ja an der Mauer. Und das heißt, die Explosion kommt dann sozusagen hinten aus der Mauer raus und, ähm, ja, richtet dann halt eben Schaden bei Konis Panzer an. Ähm, Koni, willst du da noch irgendwas zu erklären? Nö. Okay, jetzt probieren wir das gleiche mal mit HEAT. Bei HEAT, nach Adam Ries und Eva Zwerg, dürfte eigentlich gar kein Schaden entstehen, weil HEAT an der Mauer kleben bleibt, richtig. Genau. Okay, ähm, jetzt möchte ich nur mal überlegen, du stehst hinten im, ja, okay, alles klar, jetzt sehe ich dich. Alles klar, bleib da stehen. Kann ich auch weiter hinterziehen. Ah, und wie ihr seht, HEAT bleibt an der Mauer kleben. Und macht keinen Schaden. Ich probiere das weiter vorne nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, so ist gut, so ist super. Ja, und wieder kein Schaden gemacht. Also, so viel ist der Unterschied. HEAT und HE, jetzt versuchen wir das gleiche, und dann mit AP. Okay, und AP, werdet ihr gesehen. Schlägt durch die Mauer durch und natürlich auch dann durch den Panzer. Er geht rein. Ja, und das ist dann natürlich auch ein etwas höherer Schaden. Dann probieren wir mal gar nochmal einen Sicherheitsschuss. Zum Verifizieren. Und, zack. Gut, ähm, dann würde ich sagen, nochmal zusammengefasst, also HE, wenn der Gegner nahe hinter der Mauer steht, macht ihr mit HE auch Schaden. Je nachdem natürlich, wie viel Panzerung der Gegner hat und wie viel Durchschlag die HE-Mumpel hat und auch welchen Sprengradius. Aber generell besteht ja die Möglichkeit, dass ihr Schaden macht. Bei HEAT allerdings bleibt die Granate in der Mauer kleben. Genau, wir haben natürlich dieses Video auch jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen. Du hattest eben noch eine wichtige Info in dem Take davor, was die Millimeter betrifft, wo dann abnimmt, also wo dann die Mumpel im Prinzip hängen bleibt. Was waren das, 25 oder 15? Bei AP und APCR, die man hinter Mauern schießt, werden genau immer 25 Millimeter von dem Durchschlag abgezogen. Also nicht der Mauern, generell bei Gegenständen. Zumindest so die Theorie. Die Theorie, genau. Also es ist dann egal, ob das jetzt ein Holzzaun ist oder wie hier jetzt eine gemauerte, eine Mauer aus Stein, das ist dann wurscht. Also das wird dann immer gleich abgezogen. Okay, gut, dann würde ich sagen, was ist das zum Thema Mauern und so weiter? Dann würde ich sagen, geh mal ab zum nächsten Thema. Ich drücke dir bei den Mundschluss. Also, bis gleich. Jo, und jetzt sind wir im letzten Teil unseres tollen Munitionsvideos angelangt, um euch Heat besser zeigen zu können oder veranschaulichen zu können, zeige ich euch jetzt erstmal den Unterschied hier beim Taran. Ich habe jetzt AP reingeladen und wechsle dann gleich mal auf Heat. Also mit AP, wie ihr seht, seitlich alles gelb. Ich ballere jetzt erstmal hinten drauf. Da sollte ich auf keinen Fall durchkommen. Die Spannung steigt. Ja, Autobounce. Jetzt probieren wir das gleiche nochmal vorne. Ich habe die Ration reingehauen. Da lädt er ein bisschen schneller. So, und jetzt probieren wir das gleich nochmal vorne. Und auch nicht. Okay. Und jetzt schalte ich um auf Heat. Ihr seht, vorne ist das jetzt orange. Und wenn ich nach hinten scrolle, dann wird es gelb. Ich probiere es aber erstmal hinten. Weil aufgrund der Tatsache, dass wir nicht durchkommen, dass der Panzer da nicht mehr so toll ausschaut. Also hinten mit Heat. Dürfte ich eigentlich nicht durchkommen. Was ein Glück war das auf dem Video drauf. Ihr habt gesehen, wo ich hingeschossen habe. Die Mumpel ging rechts in den Strauch. Hallo Wargaming. Könnt ihr das vielleicht mal ändern? Weil das hat ja schon irgendwie nichts mehr mit Genauigkeit zu tun. Das ist ja ein Witz. Okay, probieren wir das nochmal. Das gibt es nicht. Man sollte auch treffen, ja. Naja, man sollte treffen. Du siehst es dann im Video. Guck mal, wo ich meine Kanone hinziele. Und wo der Schuss, der Schuss geht rechts ins Gestrüpp. Ich muss nochmal weiter. Das nennt sich auch ein G, genau. Ja, aber das ist ja hier. Achtung, nochmal. Okay, kein Schaden gemacht. War zwar auch nicht genau da, wo ich hingezielt habe, aber es wurscht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich trifft er dich jetzt vorne und nicht an der Seite. Gut, ich habe keine Crew drauf. Also von daher, die Genauigkeit könnte natürlich besser sein. Aber mit ein bisschen Glück trifft er jetzt ja ausnahmsweise mal da, wo ich es vorhabe. Also, wenn der Schuss dann da ankommt, wo ich hinziele, dann sollte er jetzt eigentlich penetrieren. Die Spannung steigt. Er ist wirklich dahin gegangen, Coni. Okay, RNG, okay. Wobei, Coni, bevor ich jetzt hier weiter... Ich mache nochmal einen Schuss und dann probieren wir beide da nochmal schlau draus zu werden. Sekunde. Der hat nicht richtig getroffen. Er ging genau dahin. Okay, wir probieren es nochmal. So, Leute, jetzt wisst ihr, warum das Video schon wieder zwei Stunden geht. Coni, kannst du das erklären? Ich gucke gerade. Dein Indikator ist... Orange. Ich probiere es nochmal. Was ist da hier? Warte mal. Also bei Heat hast du ja gesagt, ist der Auto bei uns Winkel 85 Grad. Genau, das ist er ja. Ja, es ist weniger. Also das müssten jetzt so vielleicht 75, 70 sein. Gelassen! Weg los! Dreh dich einfach nochmal ein bisschen mehr. Probieren wir es nochmal hinten. So, wir werden mal gucken. Hinten wird ja jetzt auch orange. Okay, dann probieren wir das... Also jetzt dürft ihr hinten... Ich hoffe, ich komme jetzt hinten nicht durch. Oh, ich komme hinten nicht durch. Um auf Nummer sicher zu gehen, probieren wir das jetzt nochmal. Spannung steigt. Okay, also... Jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt vorne durchkomme. In sechs Sekunden wissen wir es. Wetten wäre noch angenommen, Koni. Komme ich durch oder nicht? Ich weiß, warum du nicht durchkommst. Ich komme nicht durch. Ich weiß, warum du nicht durchkommst. Warum? Es liegt nicht am Autobahnswinkel. Das ist jetzt ungefähr... Das ist nicht mal... Irgendwas zwischen 77 und 80 Grad. Aber in diesem Winkel ist diese effektive Panzerung bei fast 500 Millimeter. Ah, okay. Okay. Sie haben uns entdeckt. Das ist natürlich ein Grund. Dann... Deswegen... Das sind ja auch... Keine... Es sind gerade keine Abpraller. Es sind ja wirklich nicht durchschlagen. Okay. Das hat mich beim allerersten Schutz schon gewundert. Ja, okay. Das könnte funktionieren. Ich probiere es hinten nochmal. Zehn Schutze habe ich noch. Okay, passiert nichts. Diesmal geht er zumindest nicht in den Strauch. Das ist doch schon mal gut. Der Gegner hat uns im Visier. Ich habe es nochmal einen Sicherheitsschuss hinten. Okay. Wir gehen auch nicht durch. Eins Problem ist vorne. Naja, es könnte immer noch zu krass vom Winkel sein. Aber wir werden es gleich sehen. Wir haben uns entdeckt. Ja. Wie mit Wattebällchen. Okay. Dann bleib mal so. Dann bleibe ich jetzt auch vorne drauf. Und normalerweise dürftest du ja nicht abfackeln. Okay. Mal gucken, ob der jetzt durchgeht. Immer noch nicht. Mein Durchschlagstreffer. Kannst du gerade weiterdrehen. Aber ganz ehrlich, da sind wir jetzt schon. Ist das immer noch zu viel? Ja, ist immer noch zu viel Panzerung meinst du? Das ist die Panzerung. Ja, das ist die Panzerung. Okay. Das war jetzt dann zu viel Winkel. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich hinten durchkomme. Ja, gut, weil dann hinten auch zu viel Winkel ist. Irgendeine Idee? Wir haben den richtigen Winkel nicht gefunden. Mhm. Damit man es vorführen kann. Damit die Panzerung im Prinzip vorne durchgelassen hat und hinten nicht. Den Winkel haben wir nicht gefunden. Aber im Prinzip, ihr habt gesehen, da reden wir wirklich über Nuancen. Also ob man das im Spiel dann so weiß, wie viel Mann jetzt genau anwinkeln muss, das ist schwierig. Naja, das ist halt auch ein Chrysler, der halt 100 Millimeter Seitenpanzerung hat, gegen einen Tarant, der fast 400 Penn hat. Ist halt... Ambitioniert. Ist halt selten, dass sowas überhaupt vorkommen würde. Okay, also ich habe die Aufnahme noch drauf. Gibt es irgendwie was, wo es mal so ein Resümee, eine Schlussfolgerung... Aber vielleicht generell zu Heat können wir noch was sagen. Thema Schottpanzerung. Also da haben wir schon mal vor Monaten was probiert mit dem S-Konk. Da sind wir ehrlich gesagt auch nicht so ganz richtig schlau geworden. Wir können ja die Theorie sagen, die eigentlich hinter der Heat steckt. Bei einer Heat ist es so, dass bei Spaced Armor, wie jetzt zum Beispiel bei dem Schild vom S-Konk, das durchdringt er ja und danach für jede 10 Zentimeter, die die Heat noch weiter zurücklegen muss zur richtigen Panzerung, verliert die 5% an Durchschlag. Das heißt, wenn man jetzt 300 Millimeter Heat-Pen hat, man trifft das Schild von dem S-Konk und die Heat muss dann noch 30 Zentimeter weiter fliegen, um zu der Turmpanzerung zu kommen, verliert sie 45 Millimeter an Pennen. Das wären dann nur noch 255. Okay, ja gut. Das hast du eigentlich ganz gut erklärt. Okay, und jetzt bei dem Beispiel eben, war es einfach nicht der richtige Winkel, den wir zeigen konnten, damit er vorne durchkommt und hinten nicht. Richtig? Ja, ich glaube, das Problem beim Chrysler ist halt, dass die Panzerung zu dem Zeitpunkt, wo du gebounced bist mit der Heat, war halt der Winkel nicht, das war kein Autobounce-Winkel, das war nicht die 85 Grad, sondern der war schon darunter. Aber darunter ist dann halt die Panzerung so dick, dass du nicht pennen kannst mit der Heat. Die Panzerung war immer zwischen 400 und 500 Millimeter effektiv. Ja, und das ist dann einfach zu viel Panzerung, obwohl der Durchschlag schon sehr, sehr gut ist vom Taran, aber dann einfach noch zu viel Panzerung für in dem Fall dann trotz alledem zu wenig Durchschlag. Gut, dann würde ich sagen, dann habe ich eine Munitionsart vergessen? Nee, ne, das müssten eigentlich alle gewesen sein. Höchstens Raketen, aber... Ja, Raketen, ich habe gerade eben darüber nachgedacht. Vielleicht, genau, hat mir auch heute jemand in die Kommentare was geschrieben, ob der RAM- und Splitterschutz, dieses Zubehör, was ich auch teilweise bei den Heavies auf RA3 verbaut habe, oder auch auf dem Mobot, damit man halt beim RAM weniger Schaden erleidet, der hat keinen Einfluss auf Raketentreffer, das haben wir ausführlich getestet. Also bringt für Raketen nix. Raketen explodieren auch nicht, Raketen haben ja auch einen Durchschlag. Eventuell wird es irgendwann mal Raketen geben, die auch irgendwo explodieren, aber aktueller Stand der Dinge ist, dass es halt da eben keinen Einfluss hat. Aber es bringt natürlich euch was, wenn euch der Gegner mit HE beschießt. Ja, vor allem, wenn er euch in den Turmen ballert, so wie vorhin mit dem Ehrenhundert gezeigt. Also wenn euch einer oben am Turm trifft, dann wird das garantiert was bringen. Haben wir jetzt nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, das wird schon funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, dann vielen Dank, Koni, dass du dir die Zeit genommen hast. War dann auch mal wieder mehr als eigentlich ursprünglich eingeplant. So wie immer halt. So wie immer, genau. Dann bedanke ich mich auch bei euch, Jungs, fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter und bis dann irgendwann. Tschüss.